Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel das Entstehen der USA im 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterial empfinden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Das Entstehen der USA im 18. Jahrhundert. Die Vertreter der 13 britischen Kolonien in Nordamerika verkündeten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts am 4. Juli 1776 während ihres erfolgreichen Unabhängigkeitskrieges, der von 1775 bis 1783 dauerte, ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Es entstand in einer Folge daraus die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA. Diese Ereignisse werden auch als amerikanische Revolution bezeichnet. Die Unabhängigkeitserklärung der USA aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom 4. Juli 1776 enthält bereits einen Hinweis auf die Menschenrechte. Dort heißt es, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleichgeschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 1787 beschlossene Verfassung der USA gilt als älteste, heute noch gültige demokratisch-republikanische Verfassung der Welt. Eine Verfassung ist das wichtigste Gesetz in einer modernen Demokratie, auf dem alle anderen Gesetze aufbauen. Kein Gesetz darf den Inhalten der Verfassung widersprechen. Mögliche Inhalte einer Verfassung sind unter anderem die Grundrechte der Menschen, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, das Recht zu wählen, Religionsfreiheit usw. und die Art und Weise, wie in einem Staat Entscheidungen getroffen werden und damit wie dort die Macht verteilt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Französische Revolution.